Moin Leute, Trimax hier. Heute mit dem ersten Giveaway überhaupt auf meinem Kanal. 30 Euro, also jeweils für eine Person 15 Euro, Google Play für eine andere Person 15 Euro, iTunes. Das ganze mache ich, um euch einfach mal Danke zu sagen. Ich habe am 19.3. mit YouTube angefangen, da war der erste richtige Upload am Start und genau am 19.6., also genau drei Monate später, haben wir die 20.000 Abonnenten geknackt. Das ist unglaublich viel und in so einer kurzen Zeit, das ist echt heftig. Und die meisten Abonnenten, die meisten Abonnenten kommen von euch. Ich habe euch immer am Ende des Streams, am Ende von den Videos erzählt, dass ich mich darüber freuen würde, wenn ihr mich euren Freunden empfehlt, die auch Clash Royale spielen. Und das hat einfach so viel gebracht und da möchte ich euch jetzt einfach etwas wiedergeben. Und zwar, wie könnt ihr daran teilnehmen? Ihr schreibt in die Kommentare, woher ihr mich kennt, ob ihr mich von Freunden kennt oder von Lichtbill, von Clash Games, von Standplay. Da hatten wir ja auch einige Videos zusammen gemacht. Oder von Twitch und wenn ihr mich auf Twitch kennt, wo, ihr habt mich auf Twitch kennengelernt. Das ist die erste Sache, die ihr reinschreibt. Die zweite Sache ist, wen habt ihr von meinem Kanal erzählt? Also es können nur die Leute mitmachen, die wirklich jemanden, irgendeinen Freund, irgendeinen Kollege oder weiß ich nicht, manche meinten auch in der Firma, haben sie von meinem Kanal berichtet, erzählt. Schreibt einfach rein, wen ihr von meinem Kanal erzählt habt. Das muss ehrlich sein, da vertraue ich euch jetzt. Ihr könnt euch da auch irgendwas ausdenken. Dann müsst ihr damit leben, wenn ihr dann die 15 Euro gewinnt, dass das alles auf einer Lüge basiert. Aber gut, das lässt sich nicht ändern. Und als drittes schreibt ihr rein, ob ihr halt Google Play haben wollt oder iTunes. Also ob ihr über iOS spielt oder über Android. Genau, so könnt ihr daran teilnehmen. Ich werde das dann verlosen und die Ergebnisse in einer Woche hier in die Kommentare schreiben. Alles klar, dann wünsche ich euch viel Glück und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein!